Wir starten damit noch Schottie. So eine Shotgun, glaube ich, oder? Der Fatrax hat zumindest gerade einen gekillt. Mit der Schottie. Ich gehe mal gucken. Steht sogar, glaube ich, ein Fahrzeug direkt davor, oder? Könnte man zur Not auch noch nehmen. Ah ja, hier hat er einen gekillt. Hier ist die Leiche. Detective Spoon wieder auf Spurensuche. Ich gehe mal kurz hier hoch, vielleicht kann ich den hier sehen. Aha, da hinten. Hat noch keinen Helm. Bleibt einfach stehen. Das war er sogar. Fatrax, ja. Wow. K-Feed genau richtig gelesen. Eins und eins kombiniert. Und pam. Da ist er das. Den richtig schön harassen erstmal. Weil er so harps, right? Harass, harass. Oh mein Gott, ey. Wie gierig muss man, wie gierig muss man nach dem K sein, dass man einfach so viel Munition verballert hat. Und einfach, man merkt es, er merkt es halt einfach nicht, dass er nicht trifft so. Und er schießt halt immer weiter, weil er einfach so mad ist. Und dann einfach nochmal schön im Kreis tanzen, um den noch mader zu machen am besten. Ist er immer noch da auf seinem Hügel oben oder was? Oder da liegt gerade jemanden. Ich glaube, er wurde von hinten, er wurde von hinten gekillt von jemandem. Das ist der Typ, der auf mich geballert hat. Und, und der wurde gekillt. Und jetzt habe ich den anderen auch noch. Das passiert, ey. Das passiert, wenn man zu gierig wird, Mann. Das passiert ihm einfach recht. Jetzt haben wir den nächsten. Oben irgendwo auf einem Berg drauf. Den Dreierhelm sogar. Ich glaube, er hat auch einen Shot kassiert, oder? Er hat nicht gewartet, bis er 100% Leben hatte. Achso, wo ich einfach... Nee, jetzt bin ich ja einfach in jemanden reingefahren, oder? Warum spiele ich eigentlich wieder Miramar? Wollte ich nicht ihr Rangel zocken? Der hat einen Headshot bekommen. Der hat einen Headshot überlebt. Mit einem Zweierhelm. Ah, nee, oder? Ich habe seinen Nacken getroffen. Das kann sein. Weil sein Helm war weg. Das sind zwei Leute anscheinend. Einer an der Hütte da hinten, oder so. Wann ist auch drei Lucky Shots für dich, Matze? Drei Lucky. Alter, ist er. Drei Lucky. Das war's für heute. Haben die alle Dreier-Helme da, oder was? Alle Dreier-Helme. 20 Sekunden noch, ne. Kann ich eigentlich nicht fighten. Jetzt ist eh zu spät. Ich hab den Fight schon angefangen. Das war nicht so clever. Ich hätt warten sollen. Okay, sehr gut. Er hat schlecht gespielt. Für mich ein Vorteil. Nice, nice. Er hat nicht auf Zone gespielt. Sondern auf Kill. Was hat der für einen Helm? Ah, das ist sogar der Typ, ja. Der hat einen Dreier-Helm. Ne. Mach ich erstmal nicht. Ich versuch jetzt mal hier meine Seite zu sichern. Und rein zu sneaken. Ja, der läuft zu den Häusern. Shit. Der hat einen guten Vorteil dann. Ich hoffe einfach, Maya hat mich nicht gesehen. Oder er geht in das weiße Haus rein, sodass er mich nicht gut abschießen kann. Ah, okay. Perfekt. Das war dann die AUG. Wie die alle nicht auf Zone hier spielen. Der da in dem Haus, ist der noch drin? Oh, der hat noch auf ihm. Oh. Was hat der für einen Helm? Der hat einen Ghillie. Okay. 40. Ah, shit, ey. Du ballerst nicht wirklich feuerautomatisch auf die Distanz. Oder? Du ballerst nicht feuerautomatisch auf die Distanz auf mich. Pusht der? Pusht nicht, okay. Der hat mit Feuerautomatik auf mich geschossen. Was ist mit dem falsch? Was? Was? Was denkt der, wie das Spiel funktioniert? Okay. Der Ghillie-Typ könnte echt ein Problem werden jetzt. Oh. Oder vielleicht nicht? Nein. Shit, 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 shit. Oh, Spacken zusammen. Okay, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht. Bomberman's Red kann immer noch klappen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ghillie down. AWM down. Du hast das Problem schon mal beseitigt. Hopp' ich mal. Hopp' ich mal. Okay. Ich muss nur noch den letzten finden, irgendwie. Ha. Das ist eigentlich eine ganz coole Endzone, muss man sagen. Hm. Das ist die Frage, wo der Typ jetzt ist, ne? Ich denke mal, der wird bestimmt irgendwo da sein, hinter den Steinen hier. Weil wenn der da hinten ist, hätte er da wahrscheinlich auf den Ghillie-Typen geschossen, als er rübergelaufen ist. Oder der spielt sehr defensiv. Shit, man. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich pokere wahrscheinlich ein bisschen zu sehr. Auf diese eine Ecke da. Aber da piekt auch nichts. Oder der liegt irgendwo. Der spielt eine Snake. Kann auch sein. Ich guck mal, ob da jetzt was da... Oh. Okay. Okay. Er ballert seine Nades schon. Das ist nicht clever von ihm. Breierhelm. Okay. Ich hab auch Nades, Leute. Okay. Okay. Gott sei Dank. Das war mal wieder eine geile Runde. Die hat mir gefallen. Die hat mir sehr gut gefallen. Nice. Tschüss. 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 쪽 Ich bin jetzt zufrieden. Ich bin jetzt zufrieden. Aufelsvenidos. Bis zum nächsten Mal.